Musik Weil es keinen Ortsnamen mit einem Kuh in unserem Wahlkreis gibt, spreche ich einfach in Selbitz, was 154 Kilometer von Quäklenburg entfernt liegt, zum Thema Qualität und Transparenz in der Politik. Bei der Qualität in der Politik geht es mir als Bundestagsabgeordneter auch darum, dass die Menschen nicht nur bei der Bundestagswahl, sondern auch darüber hinaus, bei zentralen Fragen mit abstimmen können. Willy Brandt hat einmal gesagt, mehr Demokratie wagen. Die rot-grüne Regierung möchte endlich Volksbegehren und Volksbefragung einsetzen, als direktes Mittel in der Demokratie, damit der Bürger mehr Mitspracherecht bekommt. Zum Thema Transparenz möchte ich mich als Bundestagsabgeordneter dafür einsetzen, dass endlich erkennbar wird, wie viel die Bundestagsabgeordneten verdienen. Rot-Grün setzt sich dafür ein, dass die Bezüge transparenter und klarer offen gelegt werden. Ich selber würde als Bundestagsabgeordneter meine Bezüge aufführen und das Prinzip der gläsernen Taschen verfolgen. Die schwarz-gelbe Regierung verweigert sich dafür. Geben Sie mir also Ihre Stimme, wenn Sie einen Bundestagsabgeordneten für die Region haben möchten, der dieses Ziel verfolgt. Wählen Sie mich am 22. September für unsere Region in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich weiter durch unseren Wahlkreis und meine Themen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.